Knapp zehn Jahre lang war das Actionspiel Gears of War, das ursprünglich für die Xbox 360 erschien, indiziert. Auch deswegen kamen deutsche Spieler im letzten Jahr zumindest nicht offiziell in den Genuss der Gears of War Ultimate Edition. Doch das hat sich jetzt geändert. Der Titel ist seit ein paar Wochen vom Index und somit darf die Ultimate Edition ganz offiziell und legal in Deutschland erscheinen. Und um so viel vorwegzunehmen, wer den Shooter-Klassiker bisher verpasst hat, sollte ihn spätestens jetzt nachholen. Zur Storyline muss man eigentlich nicht viele Worte verlieren, denn die ist genretypisch recht überschaubar, führt aber immerhin ganz solide durch das Spiel. Die Menschen des Planeten Sarah werden von den menschenähnlichen Locust angegriffen, in der Rolle des bärbeißigen Marcus Fenix und seinem Core-Soldatentrupp ist es jetzt unsere Aufgabe, die Viecher zurückzuschlagen. Das Deckung-Shooter-Konzept, mit dem Gears 2006 neue Genre-Marschstäbe setzte, macht auch im Jahr 2016 noch unheimlich Laune, weil es immer noch sehr gut funktioniert. Wir huschen von Deckung zu Deckung, feuern auf die Gegner und tasten uns auf diese Weise langsam vor. Die Duck & Cover-Mechanik ist essentiell, wer nur offen durch die Levels rennt, bekommt schon auf dem zweiten der vier Schwierigkeitsgrade ernsthafte Probleme. Die Gegner-KI hat zwar auch ihre Aussetzer, aber generell setzen uns die Locust immer wieder allein durch ihre Überzahl unter Druck, das macht die Schießereien unheimlich befriedigend. Für den Nahkampf gibt's das berühmt-berüchtigte Kettensägen-Bajonett, das zwar etwas umständlich zu handeln, dafür aber sehr effektiv ist. Die Shootouts werden immer wieder durch ruhigere, leicht horrormäßig angehauchte Sequenzen unterbrochen. Außerdem gibt's nette Auflockerungen wie das Erledigen von Seiya Locust mit Hilfe des Hammers der Morgenröte, die Fahrt mit einem bulligen Fahrzeug durch die Dunkelheit oder auch den Kampf gegen einen blinden Berserker, der nur nach Gehör angreift. Alles großartige Momente, die auch heute noch Spaß machen. Ach, und apropos großartig, das Nachlade-Mini-Spielchen, mit dem man mit dem richtigen Timing noch mehr Schaden anrichtet, ist auch nach heutigen Gesichtspunkten einfach nur genial. Die Kampagne funktioniert übrigens mit bis zu zwei Spielern im Koop und das sollte man auch definitiv machen, denn die KI der computergesteuerten Kollegen ist bestenfalls mittelmäßig. Außerdem bleibt man hin und wieder an Objekten hängen, das wurde in späteren Gears-Teilen besser gelöst, generell ist die Spielbarkeit aber auch dank der sehr guten Steuerung auf hohem Niveau. Im Vergleich zum Original enthält die Ultimate Edition fünf neue Kapitel, die bisher der PC-Version von Gears of War vorbehalten waren. Außerdem gibt's noch ein bisschen freischaltbares Bonus-Material und ein paar neue Multiplayer-Inhalte wie den Modus Gnasher Execution, insgesamt ein ziemlich gutes Upgrade. Im Jahr 2016 war Gears ein absoluter Technikhammer, der reihenweise Kinnladen auf den Boden knallen ließ, das kann man von der Ultimate Edition nicht mehr behaupten, auch wenn die Entwickler ziemlich viel an der Optik geschraubt haben. So wurden zum Beispiel Texturen ausgetauscht, Lichteffekte angepasst und die Auflösung draufgesetzt. Ein schickes und vor allem sehr atmosphärisches Spiel ist Gears dennoch, auch die Soundkulisse ist dank wuchtiger 7.1-Abmischung gut gelungen. Naja, bis auf einige schwache Waffensounds und die sagen wir mal verbesserungswürdige deutsche Sprachausgabe. Trotz der Kritikpunkte gibt's von uns ne klare Empfehlung, wer den Action-Klassiker noch nicht kennt, sollte diese Bildungslücke spätestens mit der Ultimate Edition schließen. Und auch für Veteranen, die nur die 360-Version kennen, sollten zumindest einen Blick auf die Edition werfen, nicht nur aus Nostalgiegründen, sondern vor allem wegen der zusätzlichen Story-Kapitel. Unserer Meinung nach sind die Neuerungen durchaus den Preis von knapp 40 Euro wert, auch wenn es natürlich noch schöner gewesen wäre, wenn Microsoft die ersten drei Teile in ein Paket gestopft hätte. Aber auch allein ist Gears of War Ultimate Edition nach der Master Chief Collection ein weiteres gelungenes Remaster für die Xbox One, das einem modernen Klassiker ein würdiges Denkmal setzen.